Bei geschädigten Haar ist die aus Peptiden bestehende Molekularstruktur beeinträchtigt. Dieser Schaden ist nahezu irreversibel. Absolute Repair Molecular repariert zwei Jahre Haarschäden in nur einer Anwendung. Konzentriert mit 2% Peptidbondern baut es die molekulare Haarstruktur wieder auf und stellt die Kraft und Elastizität der Haare wieder her. Repariert zwei Jahre Haarschäden in nur einer Anwendung. Absolute Repair Molecular, empfohlen für jedes geschädigte Haar. Nur von L'Oreal Professionell. Untertitelung des ZDF für funk, 2017